Hi Leute, willkommen zum nächsten Fotobattle hier auf meinem Kanal. Wie immer, zwei Fotografen, ein Model, drei verschiedene Locations, diesmal aber nur fünf Minuten Zeit. Und das sind unsere beiden Fotografen. Hi, mein Name ist Kevin, 20 Jahre alt, bin Fotograf seit etwa eineinhalb Jahren und bin im Bereich Fashion und Portrait tätig. Die Fotografie inspiriert mich einfach, dass es so weitgängig ist. Jeder Fotograf unterscheidet sich von seiner Art. Ja, ich freue mich aus Fotobattle, weil ich gespannt bin, wie wir zwei Fotografen mit dem Model umgehen und was für Ergebnisse entstehen und wie kreativ wir das Ganze angehen. Ja Leute, ich bin der zweite Fotograf. Im letzten Fotobattle war ich der Moderator und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, lasst doch die ganzen Fotografen immer gegen mich antreten. So entstehen viel mehr Folgen und der Vitali hat auch seinen Spaß. Ja, jetzt wo ihr wisst, wer die beiden Fotografen sind, fehlt nur noch das Model. Ja, hi, ich bin Nadine, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Osnabrück. Ich studiere BWL und model tue ich seit zwei Jahren. Mit dem Modeln habe ich angefangen, weil es mir super viel Spaß macht, vor der Kamera zu stehen und zu posen und neue Kontakte zu knüpfen, rumzukommen. Ja, und natürlich dann am Ende die Ergebnisse zu sehen. Ja, vor dem heutigen Tag erhoffe ich mir natürlich, dass wir coole Ergebnisse erzielen und wer dann am Ende der Gewinner ist. Ja, und was ist das Besondere am Fotobattle, dass ihr voten könnt, welches Bild ihr besser findet. Und genau so wird es auch in dieser Folge wieder sein. Am Ende werden zwei Bilder eingeblendet von mir und Kevin und ihr entscheidet einfach, welches Bild ihr besser findet. Das Besondere an dieser Folge, Kevin hat eine 6D und ich habe eine 5D, beides Vollformat-Kameras. Und an jeder Location benutzen wir dasselbe Objektiv. An der ersten Location benutzen wir das Sigma 35mm 1.4, an der zweiten das Sigma 50mm und an der dritten Location das Canon 85mm. So, ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge. Let the battle beginn. Okay, Kevin, wer zuerst darf, entscheiden wir am besten einfach durch. Schnick, schnack, schnuck. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, warte, gib mir noch kurz Zeit. Okay, bist du ready? Okay, schnick, schnack, schnuck. Was, 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 was? Hast du gesehen? Was? Wie machst du? Also so? Ja, ich mache auch so. Ich habe es so gemacht. Okay, ich mache es so, okay? Okay, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Okay, gut. Dann deine Kamera, dein Objektiv, dein Model und viel Spaß. Danke. Ja, Kevin, erste Location. Du fängst an. Nadine, ich wünsche dir und Kevin dir, euch beiden, viel Spaß. Vielen Dank. Fünf Minuten, keine zehn mehr und eure Zeit läuft jetzt. So, nehmen wir nach vorne? Ja, einfach nach vorne. So, dass du dich so hinsetzt, genau, zu mir gerichtet. Genau, ein bisschen mit dem Po nach vorne komm, Beine ein bisschen lockerer nach vorne, kommst mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne, genau. Dein Kopf ein bisschen nach außen, nein, genau. Genau, jetzt kommt mal gerade zu mir. Genau, jetzt stell dich mal hin. Jetzt kommt mal gerade zu mir. Jetzt vielleicht was in Bewegung, dass du vielleicht einmal von dort aus in die Richtung gehst. Genau, jetzt ein bisschen schneller, schön gerade auf mich zukommen. Sehr cool. Vielleicht jetzt gleich ein bisschen mehr Schwung mit den Armen mitzunehmen, ein bisschen längere Schritte machen und den Pullover, dass man da kein Gelb sieht. Sehr cool. Arme ein bisschen länger, Finger ein bisschen länger halten. Genau, eins, zwei und drei. Ich habe mein Bild, ich bin fertig. Ich bin fertig. Schnell. Danke. Kürzlich? Ja, ich bin fertig, ich habe mein Bild. Ja, Kevin, Alter, nur zweieinhalb Minuten. Ich werde auf jeden Fall meine ganzen fünf Minuten ausschöpfen, Nadine. Sorry, falls du frieren solltest. Wir werden nicht hier fotografieren, sondern da hinten. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal zu meiner Location ganz cool. Dann kommt man hier beisammen. Und drei, zwei, eins. Und Vitali, deine Zeit läuft jetzt. Okay, super. Nadine, ihr müsst einmal weg. Komm mal her, komm mal her. Stopp, bleib mal stehen. Ich muss einmal kurz gucken, wie das Licht ist. Ich habe mein Bild. Nein, Spaß. Boah, das sieht mega aus. So, geh mal ein bisschen zurück und kommst auf mich zu, okay? Nochmal auf mich zulaufen, am Ende stehen bleiben und dann dort posen, okay? Bitte. Boah, Nadine, danke, ey. Mega. Okay, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Nochmal straight. Vielleicht schreibe ich mal da hin. Ja, komm. Ich höre auf. Mega. 22? 22. Cool. Cool, Nadine. Vielen Dank, Mann. Das hat echt Spaß gemacht. Und schade, dass ich aufhöre. Ich musste gar nicht aufhören, aber es war super. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das war super, super Bilder. Ja, Leute, das war es auch von Runde 1 jetzt schon. Kevin, ich hoffe, du hattest Spaß. Nadine, ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte selber super viel Spaß. Und welches Bild ihr besser findet, könnt ihr einfach hier wieder über dieses kleine i anklicken, voten. Und ich bin gespannt, welches Bild den, wie sagt man, das Rennen machen wird. Das Rennen machen wird so. Wir sehen uns nächste Woche in Runde Nummer 2 wieder, wenn es wieder heißt, fight!